Hallo auf den Analogtagen 2022. Wir kommen zum Ende und es ist mir eine ganz besondere Freude, jetzt zu einem speziellen Thema zu kommen. Ich war vor guten zwei Wochen in Frankfurt auf einer Ausstellung und zwar im Museum of Modern Electronic Music. In dieser Ausstellung gab es ungefähr 25.000 LPs und an Kopfhörern, die von der Decke hingen, konnte man hören, wie ein sehr bekannter Discjockey, nämlich Sven Feth, seine 50 Programme oder unter anderem 50 Programme, die er schon gespielt hat, präsentiert hat. Das war wirklich sehr speziell. Und es ist so, dass ich vor einigen Jahren eine Garantieregistrierung bekam von Sven Feth und zwar von einem Gerät von mir, von einem Black Cube SE2. Ich wusste natürlich sofort, wer Sven Feth ist, auch wenn ich jetzt eher weniger Techno höre. Und ich habe mich jetzt in der letzten Zeit gründlicher mit Sven Feth als Person beschäftigt und habe festgestellt, das ist jemand, wo man einfach nur sagen kann, wow, der geht absolut seinen eigenen Weg. Einer seiner Sätze ist ungefähr sinngemäß, ich lasse meinen Erfolg nicht an Followerzahlen messen oder an Klickraten. Und Sven Feth ist jemand, der seine Ruhe in der Natur findet, seine Ruhe auch im Wald findet. Und das, was man so vielleicht an Image eventuell hat, das ja so irgendwie krawallig sei, weil die Musik zum Teil natürlich sehr laut ist, das trifft da alles nicht zu. Also es ist, ja, ich bin sehr beeindruckt davon, was ich da an Persönlichkeit gefunden habe. Und ich habe jetzt die besondere Freude zu sagen, es wird einen Sven Feth Fono vor Verstärker geben. Das heißt, ja genau, an der Stelle kann man tatsächlich genau dieses Gerät einblenden. Das heißt, Sven Feth und ich sind da übereingekommen. Er hat ja das Gerät von mir, was er vorher hatte, schon einige Jahre und ist damit auch sehr glücklich. Wir sind darin übereingekommen, dass wir ein Gerät machen mit einem speziellen Design und wo wir auch noch technisch was dran ändern. Und dieser Black Cube SE2 Sven Feth Edition wird, ich denke mal, ab Weihnachten ungefähr erhältlich sein. Hoffentlich noch vorher. Und ja, ich bin wirklich sehr glücklich, dieses Gerät so vorstellen zu können. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht nur so, dass ich einfach mir irgendeinen Namen sozusagen genommen habe und sage, wir machen jetzt ein Gerät, was wir einer bestimmten Gruppe widmen oder so, sondern Sven ist ja jemand, der mit diesen Geräten wirklich auch umgeht, der wirklich den Technics 1210 als sein tägliches Arbeitsmaterial hat und der einfach virtuos die Technik beherrscht, um damit Menschen auf der Tanzfläche zu verzaubern. Und je besser so eine Performance klingt, umso mehr sind die Menschen auch verzaubert. Und an der Stelle haben wir dann die Schnittmenge zu Lehmann Audio. Also, der Sven Feth Fono von Lehmann Audio kommt. Vielen Dank.